Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge FM19. Wir haben die Sommertransferperiode vor uns, beziehungsweise den kompletten Sommer, die Transferperiode, die kommt erst noch in der nächsten Folge wahrscheinlich. Wir müssen heute ganz schön viel scouten und uns ein paar Spiele anschauen und gucken nebenbei auch noch sowas, die anderen alle so gemacht haben. Und dann mal gucken, was heute so abgeht. Ich glaube, das wird heute relativ entspannt werden. Ich kann mich mittlerweile auch über den Aufstieg freuen. Keine Angst. Aber das war schon echt heftig. Letzte Folge. Wann eigentlich? Am Mittwoch? Ja, was gibt es noch Neues? Momentan stehen die Playoffs an. Da hat Fleetwood Town im ersten Spiel, beziehungsweise im Halbfinale gegen Sunderland gleich mal verloren. Ich glaube, ach doch, Hinspiel, ja? Gibt es? Okay. Kurz mal gucken, ob das stimmt. Nicht, dass das irgendwie ein Übersetzungsfehler ist, aber so ist es. Also es gibt Hin- und Rückspiel. Fleetwood Town hat das erste Spiel gegen Sunderland verloren und Oxford das erste Spiel gegen Charlton gewonnen. 3-1. Mal schauen, was da noch so bei rumkommt. Ich scout momentan erst mal nur die Spieler, die in Frage kommen könnten, also noch nichts, was fix sein könnte. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen, weil ich schon ein paar Fragen bekommen habe, wie ich scoute. Ich habe also jetzt erstmal die Spieler gesucht, die ansatzweise interessant werden könnten und das sind nochmal die Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Wir suchen momentan nur nach Spielern, bei denen der Vertrag ausläuft. Am besten unter 32, weil irgendwo ist dann auch mal ein bisschen Schluss. Und die Scouting-Empfehlung höchstens eins, weil ich momentan nur die Spieler finden möchte, die ich noch nicht ansatzweise gescoutet habe. Also jetzt sind ein paar extra dazugekommen, was ich sehr interessant finde, wie beispielsweise Sinkraven oder Sadi Uchan sogar. Einfach nur, weil wir aufgestiegen sind. Und die möchte ich jetzt erstmal scouten, damit wir halt so ein bisschen schon mal wissen, was so abgehen könnte. Wenn ich die jetzt zum Beispiel auswähle, einfach mal rechtsklick auf Scouting gehen, dann scoute ich die so lange, bis ich mini, 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 mini ein bisschen von denen weiß. Sprich, wenn ich das erste Mal, äh, falsch, sowas hier sehe, wie die Empfehlung. Weil dann weiß ich schon ein bisschen, ah, okay, das könnte interessant werden, bei Cigarini beispielsweise. Und das könnte nicht so interessant werden, wie beispielsweise bei Fanlo. So, so mache ich das dann und dann schaue ich mir die alle an und, äh, also ich schaue mir die so an, wie ich es jetzt gerade mache. Ich schaue nur ganz kurz rüber und sehe, aha, alle gescoutet zu einem Mini-Bruchteil. Ihr seht hier unten die Bar und sagt dann, okay, Auftrag abbrechen, damit ich schon mal ein bisschen mehr weiß. Und das mache ich mit allen, die hier drin sind. Und sobald dann alle abgearbeitet sind, habe ich schon so einen kleinen Indikator, was da könnte, äh, was da interessant sein könnte, wenn wir die richtig scouten und nicht halt den Filter drin haben von Scouting-Empfehlungen ist mindestens, oder maximal, sorry, eins. So mache ich das. Den Rest werden wir gleich nochmal sehen. Das dauert ja mal bis zu unserer Zeit, die seht ja, wie viele Scouting-Aufträge das sind. Aber, ja, das, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch sehr lange sogar. Ansonsten, wir chillen jetzt erstmal die ersten paar Tage. Folge, ich kann euch gleich schon mal was sagen, was ich auch am Ende dieser Folge nochmal sagen werde. Und zwar, heute ist ja der, ich hab, ich war kurz verwirrt, weil ich was Falsches aufgeschrieben habe. Heute ist ja der 21. Ja, das kommt auch gleich. Das heißt, nächste Woche ist Weihnachten am Montag. Und da möchte ich euch gleich mal sagen, am Montag, dem 24. und am Mittwoch, dem 26. kommen keine regulären Folgen. Da kommt was, ja, lasst euch überraschen was. Aber, ähm, das FMLP mit, äh, Portsmouth, das geht erst offiziell wieder am 28. weiter. Sprich, wir machen zwei Folgentage Pause. Soll jetzt aber nicht so tragisch werden. Am 24. kommt was und am 26. aber nicht eine Folge in dem Universum, sag ich jetzt mal. War das nur mal so nebenbei. So, Tom Naylor möchte mit uns reden, weil er gerne einen besten Vertrag haben möchte. Da kommen wir gleich mal darauf zu reden, dass wir mit diesen Spielern auf jeden Fall weitermachen werden. Der Dan Smith gehört nicht dazu. Ihr seht ja, Tom Naylor ist jetzt nicht dabei, also es ist nicht so tragisch. Ninten werden wir Thorne behalten. Noch weiß ich nicht, ob wir da einen definitiven, erfahrenen Keeper nehmen. Oder ob wir einfach sagen, okay, Thorne macht das schon. Ja, würde ich auf Ersteres gehen. Aber mal gucken, das kommt dann auch das Geld an. Nathan Thompson soll bleiben. Burgess Wattmoke soll bleiben. Brown Thompson, und zwar Ben Thompson. Also beide Thomsons sollen bleiben. Kamada, Curtis und Evans, das wären so meine Wunschspieler, die bleiben sollen. Welche Faktoren da reinspielen, waren ganz klar. Das Ding ist übrigens, gestern kamen so ungefähr vier Stunden, nachdem ich die letzte Folge dann aufgenommen habe, der neue FM-Patch raus, wo halt viel am Gameplay gedreht wurde. Gut, dass der da erst rauskam, ne? Wer weiß, wie heftig tragisch das sonst noch ausgegangen wäre. Also, ein bisschen wurde was geändert, aber ich kann momentan noch nicht so wirklich drüber reden, was, weil ich es noch nicht selber ausprobiert habe. Sprich Gameplay, also ich habe gelesen, das Pressing soll ein bisschen anders sein. Die Offensivspieler sollen sich etwas klüger bewegen. Standards wurden auch ein bisschen geändert. Mal gucken. Auf jeden Fall, diese Spieler möchte ich behalten. Da gehört Tom Naylor nicht dazu. Das liegt daran, dass Tom Naylor keine gute Determination, sprich Zielstrebigkeit hat, was ich nicht so gut fand. Sonst ist es eigentlich in Ordnung. Auch seine Einsatzfreude ist gut. Darauf habe ich sehr geachtet. Aber ich wollte dann gerne wirklich einen krassen Cut machen. Und Tom Naylor wird dann keinen neuen Vertrag bekommen. Wir werden uns auch noch gleich um die Spieler kümmern. Die bleiben sollen. Burgess redest du mal mit ihm. Hat sogar geklappt. Sehr schön. Weil da sind einige dabei, bei denen wir da ein paar Verhandlungen führen müssen. Rice Thorne gehört nicht dazu. Der wird noch bis 2021 bleiben. Bei Nathan Thompson läuft der Vertrag allerdings aus. Und das sollten wir mal machen. Da ist auch Hull City interessiert. Das könnte nämlich fies werden sonst. So. Oh, er möchte gleich mit einer saftigen Gehaltserhöhung auf 8,2. Das ist nicht so schön. Vorher waren es 3,6, die er verdient. Wir gehen mal auf 5 am Anfang und gehen beim Loyalitätsbonus, sprich das Handgeld und der Beratergebühr mal ordentlich hoch und hoffen, dass er dann da schon ein bisschen mitmacht. Das Ding ist, die Gehaltserhöhung bei Aufstieg. Ach, in Höchste, Digga. Ach gut, dass das da steht. Ich wollte gerade meinen WTF. Ersatzspielerprämie machen wir mal 500 Euro, aber bitte nicht mehr. 1,5 bei ohne Gegentor und 1,000 Auflaufprämie. Und bei Abstieg darfst du gehen. Ich werde es wieder so handeln. Ich klatsche ihn einfach allen Ausstiegsklauseln rein bei Abstieg. Weil wenn wir abstiegen, dann bin ich eh nicht mehr da. Dann wurde ich schon längst gezündet und dann ist es auch nicht mehr mein Problem. So mache ich das immer. 7,7 möchte er jetzt haben. Ich gehe mal auf 5,5. Auflaufprämie können wir ruhig mal auf 1,1 packen. Das nimmt er dann an. Das ist in Ordnung. Bis 2021 ist es auch komplett in Ordnung. So, Burgess. Bei ihm läuft der Vertrag erst nächstes Jahr aus. Das hat sich übrigens echt verbessert die letzten Wochen. Wattmog bei ihm auch 2021. Wie bei Thorne. Bei Brown 2020. Wie bei Burgess. Ben Thompson. Da müssen wir die Laie am besten verlängern. Oder ihn verpflichten. Ich probiere es erstmal mit Laie verlängern. Bei Millwall. Das würden sie sogar machen. 2,2 sollten wir dann zahlen. Das ist das gleiche, was wir dieses Jahr zahlen. Dann machen wir das mal. Bis Ende der Saison. Ja, das ist richtig. Nehmen sie auch an. Dann würde auch er bleiben. Evans. Bei ihm läuft der Vertrag aus. Da müssen wir was machen. Verdient momentan 2,2. 31 Jahre alt. Also allzu viel sollte er nicht mehr bekommen. Ja, so 3,000 wäre mein Wunsch. Ich gehe mal auf 2,5 am Anfang. Ich möchte jedenfalls nicht so viele Berater und Handgeldgebühren haben. Was ganz schön ist. Hier gehen wir mal auf 20,000. Ach guck mal, kann ich hier einfach anklicken. So, Auflautprämie. Hier können wir es ein bisschen. Ach guck mal, wir gehen sogar auf 2,000 runter. Und sagen dann einfach, dass er leistungsbezogen bezahlt wird, oder? Mit 2,5, 4. Huch. Ach guck mal, ich habe den Sound schon wieder umgestellt. Leider. Hups. Sorry. So, Tore. 1,5. Ohne Gegentor. Ja, aber du bist halt... Ach so, ja gut. Er kann auch Rechtsverteidiger spielen, deswegen nicht so viel bei ihm. Sonst kriegt er richtig viel, wenn er spielt. Ersatzspielerprämie. Nee, nicht so viel. 200. Und wenn du 15 Spiele machst. Oh, das ist aber kein gutes Angebot eigentlich. Ja, gefällt ihm auch noch nicht. Aber ich würde es sogar gerne runterschrauben. Das wäre super nice, wenn wir das hinkriegen könnten. Das ist ja weniger verdient. Gehen auch hier mal auf 20,000. Und 15 Spiele. Mhm. Ja. Er möchte diese 10 Spiele unbedingt haben. Dann machen wir mal so 450 hier. Gehen hier auf 2,2 jetzt. Sprich, das, was er jetzt gerade verdient. Nein. Gehen wir mal auf 2,5. Gehen wir hier auf 500, also 50 Euro mehr. Auch noch nicht. Okay. Dann 2,7. 700 Euro, nicht verhandelbar. Hier gehen wir nochmal jeweils 1,000 hoch. Und das nimmt er jetzt an. Ja. Gut. Müssen wir schauen, wie es so klappt. Curtis. Bei ihm läuft der Vertrag nicht aus. Der bleibt nächstes Jahr auch. Da dachte ich mir, eigentlich würde ich schon gerne was anderes haben vorne. Heiterdings. Er hat halt in 40 Spielen 21 Tore gemacht. Eigentlich kann ich ihn dann nicht abgeben. Kamala würde ich auch gerne noch ein Jahr behalten. Da müssen wir mal anfragen, was Fullham dazu sagt. 2,8 zahlen wir momentan monatlich. Und das würde genauso bleiben. Ja dann. Bis 2020. Würden sie auch annehmen. Das wäre doch schon mal perfekt für die Kaderplanung, wenn jetzt die alle bleiben würden. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir unseren Kader aufbauen im 4-2-3-1. Weshalb ich das hier schon bei der Kadertiefe gemacht habe. Wir werden jede Position versuchen, möglichst doppelt zu besetzen. Bis auf ein paar Ausnahmen. Ich möchte ja oft, wenn nicht sogar fast immer, wenn es klappt, 3-4-3 spielen. Dafür brauche ich natürlich einen Flügelverteidiger. Da müssen wir ganz genau drauf achten bei den Außenverteidigern. Da bleiben es aber trotzdem nur 2 pro Position. Bei den Innenverteidigern wäre es gut, wenn es 5 wären. Am besten wären halt 6. Sprich wirklich für jede Position dann doppelt besetzt. Dann müsste aber einer definitiv für die U18-Spiel berechtigt sein. Im Mittelfeld brauchen wir einen richtigen Sechser. Also einen Ball-Running-Mitfielder. Wenn wir im 4-2-1 spielen. Aber mit Salah und einem Deep-Lying-Playmaker, wenn wir in dem 3-4-3 spielen. Weshalb es da ein bisschen schwierig wird. Ich würde dann gerne auf dieser Position hier, die für mich die 6er-Position ist, wirklich nur einen 6er haben. Erstmal, das ist Ben Thompson, der das auch gut spielen kann. Und auf der rechten Position, sprich die Spielmacher, werden wir dann 4 Leute, glaube ich, holen. Sprich einer, der Stamm spielt für den 4-3-1-ZM-Part. Und einer, der Stamm spielt für den 3-4-3-ZM-Part. Sind hier schon 2, dann Backup. Man sollte es eigentlich passen. Und den 4., wenn da sich noch was ergibt. Als 10er reicht einer. Und links und rechts außen werden wir wahrscheinlich entweder einen holen pro Position. Oder einen pro Position und einen, der auf beiden Seiten spielen kann. Je nachdem, wie Curtis sich in der Vorbereitung so überweist, weil er auch links außen spielen kann. Und im Sturmzentrum werden wir wahrscheinlich 3 Stürmer haben, die richtig gut sind und einen jung. So stelle ich mir das vor. Also wirklich viel, 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 viel zu tun. Weshalb wir auch keine Zeit vergeuen sollten, sondern sofort weitermachen sollten. Und auf die Scouting-Berichte warten sollten. Aber sonst bin ich glücklich, dass die Vertragsverhandlungen jetzt relativ fix vonstatten gingen. Gucken wir mal kurz auf die Scouting-Berichte, ob das schon neue drin sind. Aber es schaut so aus. Sind auch ganz unten. Es sind momentan 98, die wir haben. Jetzt sind es gleich wieder ein bisschen weniger, weil wir die ja alle schon gescoutet haben. Ransford Selassie, der war mal bei Pescada, wenn nicht er immer noch da ist. So, und dann haben wir schon fast alle. Ich glaube, den Iraner können wir rausnehmen, ne? Habe ich den erst gerade reingepackt? Weil uns wurden ja in der Winterpause schon ein paar Iraner empfohlen von unserem Co-Trainer Roland Koch, die wir aber nicht scouten konnten, weil sie außerhalb der Scouting-Range waren. Übrigens sollten wir vielleicht mal anfragen nach irgendwas. Jetzt, wo wir gerade gut dastehen, was aber doch nicht der Fall ist. Ich dachte eigentlich, dass wir besser dastehen durch den Aufstieg, aber anscheinend nicht, weil wir halt so schlecht gespielt haben. Was würde ich denn gerne haben? Nachwuchsrekrutierung würde ich sehr gerne stärken für das nächste Jahr. Nimmt da leider nicht an. Das ist sehr, sehr schade. Was könnte man noch machen? Stadion bestimmt nicht. Ich hätte auch gerne mehr Scouts, aber kann momentan nur für mehr Physios anfragen. Jugendtrainingsbudget erhöhen wäre auch sehr wichtig. Das nimmt er an, der Michael Eisner, das ist gut. Und dann das Niveau der Jugendakademie verbessern wäre sehr, sehr nice für den nächsten Youth & Take. Aber er mag nicht. Er hasst mich leider. Er hasst mich komplett. Er möchte mir nichts Gutes tun. Er möchte einfach, dass der Verein zugrunde geht. So einfach ist es. Ach Michael, warum? Warum tust du mir das an? Die Jungs trainieren gerade momentan noch, weil der Trainingsplan anscheinend automatisch verlängert wurde durch die Playoff-Spiele, was ein bisschen schade ist, aber uns gar nicht so viel ausmacht, außer es verletzt sich jetzt jemand, das will dann scheiße. Aber hoffen wir mal nicht, ne? Und dann gucken wir uns mal die ersten Spieler an. Viel haben wir momentan dann halt nicht gescoutet, also an Knowledge haben wir das nicht. Der Vertrag von Andre Green und Ben Thompson läuft aus. Das wissen wir. Bei Ben Thompson haben wir gerade ein Angebot gemacht. Ich habe auch schon ewig lange gescoutet, also wir dürften schon sehr, sehr viele Spieler wissen. Mittlerweile habe ich auch dann wieder die Scouting-Pakete drin. Warum wurden die jetzt hier nicht mitgescoutet? Echt, haben wir die? Hä? Ich habe die ja gerade erst alle hier gescoutet, ne? Aber anscheinend wurden die Aufträge echt abgeschlossen, weil unsere Scouts so schlecht sind, obwohl wir noch nicht mal ansatzweise Knowledge bei denen haben. Das ist scheiße. Also ihr seht hier die Kenntnis-Niveau-Prozentsätze, was ein Wort. Aber das ist ärgerlich. Salih Uchan interessiert mich extrem, muss ich sagen. Den würde ich ultra gerne haben. Einfach nur, weil ich weiß, dass er in echt ganz gut ist. Also ganz gut sein kann. Nicht umsonst war er halt kurzzeitig bei Rom. Aber er weiß, wie es im FM ausschaut, weil es an Empoli ausgeliehen hat. Also auch Serie A gespielt, 20 Spiele. Für die Championship sollte das normalerweise reichen. Aber ich möchte eigentlich auch nicht blind was holen. Ich habe halt in meinem HSV-Safe Daley Sinkraven. Deshalb weiß ich, dass er ganz solide sein kann. Aber ich glaube, er möchte ein bisschen viel Geld haben, oder? Was möchtest du denn haben? Würde gerne, dass wir den Aufstieg in die Premier League schaffen, 2020, 2021. Das ist in dem übernächsten Saisonjahr. Ja, von mir aus. Ich möchte auch noch ein deutlich höheres Gehalt haben. Und den Fallen als Sprungbrett nutzen. Nein. Aber so würde er das annehmen. Ich kann schon wieder nicht reden. Mal schauen, was er haben möchte, ne? Ich weiß halt bei ihm, dass er ganz gut ist. Das ist ein kleiner Vorteil jetzt. 13.25 würde unser Sportdirektor... Ich glaube, das ist Chefsgown, ne? Manual Car dürfte das sein. 13.25. Unser Topverdiener momentan hat 6.7. Nach der Vertragsverlängerung von... Äh, von wem auch immer. Mir fällt gerade der Name nicht ein, was mir ultra peinlich ist. Wäre das irgendwie... Was haben wir gerade gemacht? 7. Das ist also noch deutlich zu hoch. Aber wenn wir den halt für ein bisschen wenig bekommen, dann wäre das ein genialer Transfer. Wir sparen uns ja die Ablöse. Von daher können wir hier ordentlich hochschrauben, was dem Berater wahrscheinlich gefallen wird. Ich arbeite auch hier wieder viel mit Klauseln, weil, ähm, ich mag das. Ich mag das wirklich sehr, in meinen Saves viel mit Klauseln zu arbeiten, weil man dadurch die Gehaltsstruktur ziemlich niedrig hält. Und trotzdem halt sich gute Spiele auch holen kann. Es muss natürlich auch klappen, ne? Das hier sind erstmal die Vorgaben von unserem Typen. Weshalb ich jetzt auch gleich schon auf die Frisse fallen kann mit dem Angebot. Ist sehr, sehr gefährlich. Ich werde auch noch nicht alles bieten. Hier unten steht übrigens, das Gesetz zur Arbeitserlaubnis verlangt von Ihnen, Zinkrafen, ein Gehalt von mindestens 3,3 anzubieten. Okay, dann wird das wohl wirklich dann auch so dastehen ab Juni, ne? Mit dem anderen, mit den anderen Brexit-Regeln. Dass wir dann wirklich 8 zahlen müssen. So wie ich das im Kopf habe, ich habe jetzt wirklich seit 5 Jahren nicht mehr in England gecoacht im FM. So wie ich das im Kopf habe, müssen Spieler aktuell noch, wenn sie aus der EU kommen, und Niederlanden ist ja EU, plus Ajax. Und da müssen sie momentan keine Länderspiele unbedingt haben. Oder die anderen Sachen für die Arbeitserlaubnis erfüllen. Einfach nur, weil es halt noch in der EU ist. Sprich, er braucht nur die Arbeitserlaubnis mit seinem Gehalt. So habe ich das im Kopf. Mal schauen, ob es stimmt. Emma möchte das überhaupt nicht annehmen, weil das ein richtig scheiß Angebot ist anscheinend. 18,5 möchte er haben. Das ist noch sehr, sehr viel. 14 würde ich mal bieten. Gehen wir mal hier auf 4,5. Und hier auf, na gut, es ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 3,5 und 3,5. Wir sind halt immer noch nur ein Drittliga-Klub. Gehaltssteigerung würde ich sehr gerne rausnehmen. Ausstiegsklausel ebenso. 40% werden wir in die Premier League aufsteigen. 850 Ersatzspielerprämie und 3,5 Auflaufprämie. Das ist natürlich nicht verhandelbar. Topverdiener-Klausel hebe ich mir für einen bombastischen Spieler auf. Nicht für einen Spieler, der jetzt auch erstmal ein Jahr lang ausgefallen ist. Wenn du... Oh, Länderspiele, das könnten wir machen. Wenn du 5 Länderspiele gemacht hast. Wobei Linksverteidiger sind immer rar gesät. Das ist... Ein bisschen... Verfrüht vielleicht. Wenn du 20 Spiele gemacht hast, kriegst du 16,2. Prämie nach bestimmten Toren. Das machen wir mal 15 Tore und klatschen 100.000 rein. Ich glaube nicht, dass er 15 Tore machen wird. Eins bräuchten wir noch. Team des Jahres wäre ganz gut. 80.000. Länderspiele wirst du nicht so viele machen. Deshalb können wir es auch auf 4.000 lassen. Wenn wir Aufstieg... Wenn wir den Aufstieg schaffen, bekommst du... 30.000. Das ist, glaube ich, noch zu wenig. Oder er möchte 18.5 haben. 4 weniger jetzt. 4, 5 weniger. Aber bloß die Klausel. Das sollte eigentlich passen. Mal schauen. Schade. Sehr schade. Merken wir uns aber. Ich denke mal, der wird in einem Monat auch noch keinen neuen Verein haben. Cigarini sah ja auch gerade sehr, sehr interessant aus. Ja, Pittman darf auch gerne gehen. Wir werden jetzt auch, glaube ich, jetzt schon mal, oder? Die Leute zum Verkauf anbieten, die nicht bleiben sollen. Dazu werde ich auch erstmal alle in die U19 packen, die für uns nicht mehr relevant sind. Also, alle bis auf Kamara, Watmoke, Thompson soll bleiben, Burgess soll bleiben. Nathan Thompson soll bleiben. Curtis. Der übrigens auch einen neuen Vertrag möchte. Lee Brown. Evans und dann noch Thorne. Dann haben wir, glaube ich, alle. Thorne. Hier ist er. Ich glaube, dann haben wir alle, die gehen sollen, glaube ich. Kurz drüber blicken. Aber schaut so aus. So, jetzt werden erst mal ein paar Mails reinpassen, von wegen, ich hasse dich. Es sind nur zwei. Und ich würde sagen, Pittman und, Pittman und, ähm, Whittingham. Es sind Naylor und Low. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass es die beiden sind. Ja, gut, ist mir wurscht, ne? So, kurz mal gucken, ob ich alles jetzt richtig gemacht habe. Ob ich nicht irgendjemanden vergessen habe. Äh, schaut aus, als ob ich alle drin habe, die relevant wären. Also, das ist unser Kader für nächstes Jahr. Richtig groß, ja, ich weiß. Und jetzt werden wir erst mal die Leute anbieten zum Verkauf, die wir verkaufen wollen. Wir können sogar die Leute jetzt hier schon anbieten, die momentan noch, äh, beziehungsweise die den Vertrag auslaufend haben. Vielleicht kriegen wir ein Angebot rein. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn, dann können wir nochmal so ein Tausender gut machen oder so. Plus das Gehalt für einen Monat. Aber die, äh, Quatsch, nee, nee, nee. Ich mache gerade Mist. Gut, dass mir das jemand sagt. Wir haben noch ein paar Jugendspieler, die wir nicht verkaufen wollen. Joe Dandy beispielsweise. Hancock und die ganzen, gut, die ganzen 15-Jährigen können wir eh nicht verkaufen. Kennen wir nicht ganz zufällig. Sagen, dass wir auch filtern wollen mit den Jugendverträgen. Anscheinendlich. Na gut, dann machen wir das halt so mit der Stärke erstmal. Dann passt das schon. Also bis hierhin, bis Joe Dandy würde ich alle anbieten wollen. Erstmal. Und dann nehmen wir natürlich Galloway, Wheeler und Gilkeres raus. So wie Green, weil wir die nicht anbieten können, weil die nicht uns gehören. Und bieten die einfach mal an. Ich muss aber vorher gucken, nicht, dass ich jetzt nochmal Mist mache. Ob das richtig ist mit dem Anbieten. Äh, wir bieten die an für nicht angegeben und setzen die nicht auf die Transferliste. Also genau so soll es sein. Dann passt das. Immer ganz wichtig, sowas vorher zu gucken, bevor man halt einen riesen Mist macht. Und nachher werden die halt für 0 Euro angeboten oder so. Oder auf die Transferliste gesetzt. Das ist dann nicht schön. Weil die dann meistens sofort rumholen. So wie jetzt beispielsweise. Barnsley möchte Ollie Hawkins haben. Was können wir für den rausholen? 500.000 wäre überhangt. Barnsley ist aufgestiegen. Die haben also Geld. Starten wir mal mit 450, ne? Nicht gleich übertreiben, würde ich sagen. Aber wir haben es übertrieben. Burton macht ein Angebot, aber wir sollen Gehalt übernehmen. Das ist Bullshit. Hawkins braucht einen besseren Vertrag. Das ist auch Bullshit. Sind dein Berater, Alter. Ne, möchte er nicht. Äh, kannst du vergessen. Wittinger möchte auch mit mir reden. Kannst du vergessen. Ich möchte dich einfach nur loswerden. Das wird jetzt richtig lustig aussehen. Dann in ein paar Wochen. Wie hier die ganzen Dynamics runtergehen. Das ist... Da freue ich mich schon richtig drauf. Wie alles rot wird. Einfach nur, weil wir den Kader halt so kräftig umstrukturieren. Aber das ist auch nötig. Ich meine, wir haben die ganze Saison gesehen, ne? Es war halt wirklich teils unfasslich schlecht. Die Kader... Ja, der komplette Kaderumbruch ist einfach sowas von nötig. Nötig. So rum. Kein Angebot für 23 Spieler. Ey. Einfach nochmal anbieten. Das wird sich jetzt ein paar Wochen so ziehen, leider. Zumal es ja auch meistens Spieler sind, die... Null interessant sind. So, jetzt müssen wir da ein bisschen mehr wissen, ne? Ja, so ist es. Genauso möchte ich das doch sehen, ne? Genauso. Die können wir jetzt schon wegmachen. Dann konzentrieren sich die Scouts auf die anderen, damit das alles schneller geht. Passt. Sinkraven steht erst noch aus. Ich denke mal, in so 2-3 Wochen können wir wieder mit ihm reden. Wenn bis dahin nicht irgendein anderer Verein da war. So, die Rückspiele stehen an und wir haben ein neues Angebot für Walks bekommen. Auch hier von Barnsley. Mal schauen, können wir das verhandeln. Ja. Er hat ja viel Talent, deshalb würde ich hier schon... ...einen Prozentsatz reinklatschen für den nächsten Verkauf. 50 Prozent, dann könnt ihr den auch für 200.000 haben. Schade, wollen sie nicht. Ist natürlich ziemlich... ...dreckiges Gegenangebot, ne? Bin ich mir sehr bewusst, aber... ...ohne dreckige Gegenangebote hätte ich jetzt nicht so viel Geld für beispielsweise... ...Maggie oder für Clark bekommen. Sunderland ist im Finale des Playoffs genauso wie Oxford. Sie zwar verloren haben, aber... ...durch den Hinspielerfolg weitergekommen sind gegen Charlton. Bin ich froh, dass wir da nicht mitmachen müssen, ne? ...in diesem scheiß Playoff. Ei, ei, ei. Wir wären ja an Sunderlands Stelle höchstwahrscheinlich gewesen. Gegen Oxford, ja, kann ich mir vorstellen, dass wir gewonnen hätten. Aber... ...bem Rest... ...die Aufträge sind schon wieder weg. Beim Rest weiß ich nicht, ne? So, es gibt weiterhin Spieler, die interessant sein dürften. Unsere Scouts sind echt scheiße anscheinend. Dass die die Aufträge einfach links liegen lassen. Ich scoute immer bis 52.000 am Marktwert. Dann scouten wir die mal für zwei Wochen, damit die etwas länger drinbleiben. Ich nehme das mal aus und dann sehen wir schon mal ein paar Spieler, die interessant sein dürften. So, der interessanteste laut Scout dürfte Rochelle Williams sein, den haben wir zu 100% gescoutet. Können da, glaube ich, erst anfragen, sobald der 1. Juni ist. Das dauert noch ein bisschen, finde ich aber sehr interessant weiterhin. Das ist ja natürlich geil, ne? So ein schöner italienischer Mittelfeld-Regisseur. Regisseur, natürlich. Aber natürlich auch genannt Regisseur. So nenne ich ihn dann immer, ne? Er ist dann immer der Regisseur. Hat nur ein Spiel gemacht dieses Jahr bei Cagliari. Ja, er will auch viel Geld haben. Ist interessiert. Leads. Spal und Akiza Spor. Okay. Was würdest du denn bei uns haben? Na ja, erst mal wollte ich ihn nicht scouten, oder? Bei Cigarini weiß man, glaube ich, dass er gut sein könnte. Aber er ist halt auch schon alt. Sehr langsam wahrscheinlich. 6 bis 10, ja. Also, viel Dynamik würde da nicht rauskommen. Komponucci. Ein 6er. Oh. Von dem aus, wir wissen, sieht es aber gut aus, ne? Hmm. Wir kennen ihn leider erst zu 49%. Aber das, was man von ihm sieht, sieht schon echt gut aus. Wir könnten natürlich auch allen erst mal Probetrainings und Probeverträge anbieten. Würde auch sehr, sehr viel helfen, wahrscheinlich, um sich da ein besseres Bild zu machen. Vielleicht sollten wir das mal mit den Interessantesten hier machen, von denen wir dann noch nicht alles wissen. Ich werde es jetzt hier nicht so übertreiben, wie in meinen normalen Saves, wo ich dann einfach mal so 350 Leichspieler habe. Oder Probespieler, sorry. Wir nehmen hier ein paar raus, die nicht unbedingt kommen müssen. Sprich, die, wo wir 100% haben. Oder wo wir die Position nicht dringend brauchen, was jetzt der Keeper gerade war. Aber ich würde sagen, die hier können wir mal zum Probetraining holen. Das sind ja alles Positionen, die wir gebrauchen können. Das sind jetzt 24 Leute, das ist ein bisschen viel, aber es werden ja auch nicht alle kommen. Und das wird auch nicht so oft passieren, das verspreche ich euch. Weil das ist ja ein bisschen sehr unrealistisch, dass wir einfach mal zig Millionen Leute per Probetraining haben. Aber über Karl Kamada, als auch Ben Thompson bleiben für das nächste Jahr. Die Vertrags-Live-Verlängerungen wurden angenommen. Und ganz, ganz viele, eigentlich fast alle, Probetrainings wurden abgelehnt. Und nur Charlie Brown darf. Und Matty Taylor. Ali Mohamed und Jeftic. Mal schauen, wer dann gleich im Endeffekt kommt. Weil so wissen wir halt ein bisschen mehr. So, der erste ist David Grötzinger von Stuggi. Das ist ein Linksverteidiger, der nicht ganz so gut Links-Außen-Verteidiger kann. Mal schauen, ob er mit ein bisschen mehr Knowledge mehr kann. Ali Mohamed, der von Angers kommt. Rechtsaußen. Und Charlie Brown, das ist ein Stürmer. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, bis unser Scout mehr weiß. Aber hier sehen wir schon, gut, dass wir da keinen Scout verschwendet haben. Knowledge ist, glaube ich, hier nicht in Prozenten angegeben. Wenn Roland Koch das macht. Was ein bisschen schade ist. Aber so eine Woche sollte reichen, glaube ich, für unsere Mitarbeiter, weiter, dass wir die Spieler auch von den Berichten ja vollständig kennen. So. Dann haben wir ein bisschen was gemacht. Wie sieht es denn? Ach, guck mal, die haben immer noch nicht gespielt. Wir müssen immer noch eine Woche abwarten, bis die ganzen Ligen durch sind. Aber ich habe gerade gesehen, La Liga braucht immer noch ein Spiel. Dann wahrscheinlich ab dem nächsten Samstag sind dann alle anderen europäischen Ligen durch. Ich hoffe, dass jetzt auch unsere Scouts sich mal ein bisschen zusammenreißen. So. Die Auszeichnungen der Saison. Spieler des Jahres. Der Fans wurde Lee Brown, dann Burgess, dann Curtis. Joe Mason ist sogar auch noch in der Saison 11. Genauso wie mit Clark. Talent der Saison war Ben Thompson mit 23. Neuzugang der Saison Whittingham. Der auch das Tor des Jahres gemacht hat. Gegen Bradford City. Dann zeigt mal her, welches Tor das war. Ich fand ja das Tor nach 10 Sekunden am schönsten, muss ich sagen. So, da haben wir Green. Der den Ball ablegt auf Whittingham und der schießt dann direkt und macht den rechts oben rein. Ja, war ein schönes Tor. Die meisten Tore hat Curtis gemacht mit 21. Lee Brown hat die beste Durchschnittswertung mit 7,25. Andre Green hat 11 Vorlagen. Beste Passquote hat Ben Thompson mit 87%. Die meisten Man of the Match Awards hat Peter Whittingham mit 6. Und die meisten Gamekarten haben Ben Thompson und Andre Green. Wir haben noch keine rote Karte geholt. Echt nicht? Krass. Nathan Thompson hat seinen Vertrag auch verlängert. Genauso wie Gareth Evans. Das ist unsere Verletztenliste gewesen. Da war es zum Glück nicht so tragisch. Oli Hawkins von den Spielern in der ersten Mannschaft am meisten ausgefallen. Wenn auch nur 2 verpasste, Quatsch. Wenn auch nur 9% verpasste Spiele. Ja, die Saison-Zusammenfassung des Vorstandes fällt so ernüchternd aus, wie die schon die ganze Saison überarbeiten. Wunderschön, wie das hier aussieht. Ja, war eine solide Saison. Ich meine, Aufs und Abs sieht man hier sehr gut. Hoffentlich läuft das nächstes Jahr ein bisschen konstanter. Wir werden ins Training einsteigen. Am 3 Wochen her. Dann am 1.7. Und wir werden versuchen, uns über Wasser zu halten, oder? Super Moral, Jungs. Ich denke, wir haben eine gute Chance, den Abstieg zu verändern, oder? Ich vertraue dem Kader weiterhin. Ist natürlich komplett gelungen. Ach, naja. Ist schwer sowas, wenn die Moral eh schon ganz unten war. Glauben sie wirklich, dass wir imstande sind, uns zu retten? Ich habe meine Zweifel, und das garantiert nicht als einziger. Boah. Ach. Naja. Super. Jetzt nicht so geil. Wir haben die Kategorie 3 bei den Jugendeinrichtungen erhalten. Toll. Super. So wie, sag mal. Kannst du denn, dass sie die Sterne-Grafiken geändert haben mit dem Patch? Also ich habe den Skin nicht geändert. Aber die Sterne sehen jetzt irgendwie deutlich größer aus. Kann auch sein, dass ich einen sitzen habe. Ich habe heute zwar noch keine Alkohol-Shokie gegessen. Ja, ich meine, es ist Weihnachten, man darf das. Aber. Die wirken deutlich größer irgendwie. Ich glaube, ich habe einfach einen sitzen. Okay, also die vier, die fünf hier unten sind wohl nicht so die krassesten. Matty Taylor könnte interessant werden. Als pressender Stimmer sehr, sehr interessant sogar. Hat Fußballspielen gelernt in den unteren Ligen. Höchste Liga, die jetzt war, war Championship mit Bristol. Aber der Rest hier, das sind nur Talente. Wenn dann Grössinger könnte auch interessant werden. Aber er kann nicht linker Flügel-Spieler, linker Flügel-Verteidiger spielen. Weshalb das dann wieder wegfällt eigentlich. Leider. So, wissen wir jetzt auch was von Sinkrafen mittlerweile. Ne, noch nicht. Ich hoffe, das machen die dieses Mal ein bisschen klüger. Aber mal gucken. Puh, so, wenn wir die Awards jetzt umhaben, würde ich sagen, wir machen mal einen kleinen Cut. Damit wir jetzt nicht allzu viel Zeit noch verduddeln und die letzten ungefähr 10 bis 15 Minuten noch gut nutzen können. Und warten ab, bis die Scouting-Berichte drin sind. Bis zum 1. Juni wird eh nicht so viel passieren. Also machen wir mal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und wir haben den 19. Mai. Und es gibt was Neues. Und zwar die Einnahmenübersicht. Übrigens, FA Cup war auch noch gerade. Aber dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Wir haben ein paar neue Sponsorenverträge. Unter anderem einen neuen für die Jugendmannschaft. Das ist ganz schön. 160.000 pro Jahr bekommen wir durch die zwei neuen Verträge. Die meisten Trikots hat übrigens Kamada verkauft. Die Leihgabe. Auch sehr interessant. Dann Gürtel ist ebenfalls Leihgabe. Dann Green ebenfalls Leihgabe. Dann Curtis, der erste Spieler, der uns gehört. Und dann Nathan Thompson. Sieht aber sonst ganz in Ordnung aus. FA Cup hat Tottenham gewonnen gegen West Ham mit 2 zu 0. Da sind wir ein bisschen früh vielleicht rausgeflogen. Jetzt möchte ich mir aber endlich mal die anderen Ligen anschauen. Die jetzt endlich durch sind. So, La Liga. Da gab es Real Madrid, die gewonnen haben. Ganz, ganz knapp. Vor Atletico. Vier Punkte vor Barca, die auf Platz 3 gelandet sind. Messi wurde Torschutze-König mit Griezmann. Wer ist denn bei Real Trainer? Ach ja, wurde ja hier nicht gezündet. Anders als nicht. Okay, wie sieht es denn? Komm, Bundesliga ist jetzt erstmal interessant. Bundesliga. Wer hat da sich die Krone geholt? Natürlich die Bayern. Sechs Punkte vor Leipzig. Frankfurt und Düsseldorf sind abgestiegen. Augsburg muss in die Relegation. Wolfsburg, Mainz, Freiburg, Europa League. Okay. Schalke, neunter. Okay. Krass. Hoffenheim, 15. Oh, fucking. Okay. Ist Nagelsmann noch da? Ja, der geht jetzt zu Leipzig. Ich glaube, das ist schon hardcoded im Spiel. Relegation Augsburg dann gegen Darmstadt. HSV Meister. Hey. Mit einem Punkt vor Köln. Und Bielefeld mal wieder ultra OP. Ich weiß nicht, warum. Oh, Moritz, ernsthaft. Warum Darmstadt und Bielefeld immer so krass OP sind. in diesem Spiel. Aber es ist einfach so. Paderborn und Augsburg steigen ab. Magdeburg muss in die Relegation. Hey, Kloos und Schiplock. Die haben halt gemeinsam fucking 43 Tore. Was? Doch. Holy shit. Holy shit. Insgesamt hat Bielefeld wie viele Tore gemacht? 62. Alter. Werden die meisten beim HSV gemacht? DJ. Wow. Dann Fiete. Dann Wang. Dann Pimmel. Dann... Achso, Kostic. Zehnt nicht dazu. Dann Ito. Die meisten Vorlagen. Hat Moritz. Dann Janjicic. Dann Arp. Dann DJ. Wow. WTF. Bielefeld immer, ne? Bei Köln. Hat die meisten Tore Drechsler gemacht. Auch die meisten Vorlagen. Dann... Ach guck mal. Wo ist Gersin geliehen worden? Zu Heidenheim. Dann Clemens, Cordoba, Zoller. Terodde ist irgendwo in der Versenkung. Der funktioniert im FM nicht so wie in echt. Dritte Liga. Hat Wiesbaden gewonnen. Ah, ist noch nicht durch. Aber hat Wiesbaden gewonnen. Braunschweig, KSC und Lautern kämpfen noch um Platz 2 bis 4. Und abgestiegen sind Zwickau, Jena, Lotte und Halle. Alles klar. Interessant. Wie sieht es in den anderen Top-Ligen aus? Das interessiert mich. In der Premier League haben wir ja schon gesehen, glaube ich, dass City Meister geworden ist. 8 Punkte vor United. Southampton, Fulham, Cardiff hat man, glaube ich, auch schon gesehen. Nachdem wir gucken wollten, gegen wen wir denn wohl so spielen werden das nächste Jahr. Lyon ist Meister geworden. Was? Ne, Lyon ist noch nicht Meister. Oh. Ein Spieltag noch. Lyon muss gegen... Lyon, Lyon, Lyon muss gegen Nimes und Paris gegen Reims. Sollte Lyon eigentlich gewinnen. Aber wir überwarten den Fall. Das wird sehr interessant. Die spielen am 25. Mai, also in einer Woche. Juve in Italien Meister gewonnen. Vor Inter. Samporio gönnt sich noch Europa League, weil sie anscheinend irgendwas gewonnen haben. Terminplan. Echt, die haben... Die haben die Coppa Italia gewonnen gegen Napoli und spielen deswegen Europa League. Parma wieder abgestiegen, das könnte interessant werden für ein paar interessante Spieler, die es da vielleicht gibt. Kivo hat die Klasse gehalten, trotz Punktabzug. Haben wir noch was Interessantes, Portugal, Porto, Russland wurde... Ne, ist noch nicht durch. Aber Spartak sieht jedenfalls da noch aus. Auch Belgien ist noch Playoff. Interessant, haben wir noch irgendeine Liga, die ich jetzt hier gerade nicht drin habe. Mir kommt es irgendwie so vor, als ob ich irgendeine Liga hier drin vergessen habe, aber... Ich glaube nicht. So. Es gab in der Zwischenzeit auch ein paar Scouting-Berichte. Das sieht alles ein bisschen schöner jetzt aus. Und ich habe mir so überlegt, ich glaube, wir sollten das so machen, dass wir die Position nach und nach immer... Ja, scouten und dann halt verpflichten. So würde ich sagen, machen wir das. Ich habe halt wieder ein paar Berichte drin. Die anderen berichten nur, um ein bisschen Kenntnis zu bekommen. Die sind jetzt erstmal wurscht, weil die sind abgeschlossen. Patrick Burner... Ist das Martinique? Seine Nation, wo... Sollte das hier nicht stehen? Die Flagge sah aus wie Martinique. Sie existiert nicht, die Flagge, oder was? Sollte das nicht hier stehen? Ähm... Ach, danke. Ah, dankeschön. Ich dachte, es steht da drunter, aber... Das steht nur die Länderspiele, die U21-Länderspiele. Also... Kann ich mal bitte zurückgehen? Danke. Heißt der dann wirklich Patrick Burner? Ich habe absolut keine Ahnung. Hm... Also das sind hier so die Spieler, die... Am besten empfohlen... Ähm... Fehlt... Empfohlen? Empfiehlt? Empfiehlt? Die empfohlen werden. Was könnte man da so am besten als erstes mal rausgucken? Patrick Burner ist Rechtsaußenverteidiger. Campanucci ist... ZM Sechser, so in dem Dreh. Cigarini ebenso. Kreisic. Innenverteidiger wäre vielleicht nicht schlecht am Anfang, oder? Bei Innenverteidiger... Hm... Ach, oder Stürmer. Die Frage ist... Was machen wir als erstes? Ist es klug, was richtig Wichtiges zuerst zu machen? Ne, ne? Ich glaube, am Ende ergeben sich vielleicht auch mal Chancen. Aber nicht mit den ablösefreien Spielern. Na komm, wir machen erstmal alles auf einmal. Wir schauen uns mal... Wenn uns schon viele... ZMs angeboten wären... Erstmal die ZMs an, würde ich sagen. Das nehmen wir hier raus, damit wir alle sehen. Dann würde ich sagen, machen wir uns so eine kleine Mini-Auswahl. Die wird uns dann auf die Shortlist packen und... Ja, schauen wir uns die dann nochmal genauer an. Also, wir haben... Eigentlich echt ordentlich viele Spieler, ne? 60% Scouting ist zwar nicht so toll, aber... Wir müssen damit klarkommen, was wir haben. Ist ja eigentlich auch schon fast genug, was wir zum Beispiel von Cigarini wissen. Ja, ist halt echt langsam, ne? Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, dann. 10 bis 14 würde er haben wollen. Determination... Wenn sie auf 15 ist, dann ist gut. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen blöd. Das ist natürlich ein überragender Spieler, eigentlich, ne? Vor allem für die zweite Liga wäre das überragend. Aber er macht die Geschwindigkeit halt ein bisschen Angst, dass er da nicht allzu viel machen kann. Komponucci sieht weiterhin sehr, sehr gut aus, eigentlich. Ich glaube, den möchte ich eigentlich auch schon längst haben. Das ist zwar jetzt nicht der Spieler, den ich mir unbedingt gewünscht hätte, weil er schon ein bisschen sehr viel Ballrunning-Mitfielder ist. Und da haben wir jetzt einen. Aber er kann auch Deep-Lying-Playmaker. Und das sieht schon richtig gut aus. Distanz-Schüsse sind sogar auch ganz gut mit 12. Also, das ist einer meiner großen Favoriten gleich am Anfang, die ich sehr, sehr, sehr gerne hätte. 6 bis 9 ist auch komplett am Klargehen mit dem Vertrag. Sinkraven würde übrigens so aussehen. Also, auch hier sehr gut, eigentlich. Würde aber deutlich mehr Gehalt wollen als Komponucci. Komponucci. Och, ja, das habe ich gesehen, dass wir den gescoutet haben. Sadio Diallo, das wäre natürlich supergeil. Eigentlich muss ich mir den auch schier holen, aber er will halt echt viel Geld haben. Also, ich suche jetzt erstmal nach einem reinen ZM. Sprich, der den Deep-Lying-Playmaker-Part machen wird bei uns. Komponucci hat 14 bei passen. Chigarini hatte 15. Und der mit der dritthöchsten Empfehlung, Charlie Colquette, der hat... Auch 15. Also sollten wir wohl mindestens 14 bei passen erstmal reinklatschen, um den besten Passgeber zu finden. Den würde ich jetzt hier gerne noch klar machen. Danach können wir uns gerne eine Folge Pause lassen. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin heute irgendwie ein bisschen durcheinander, glaube ich. So, mindestens 14 passen, bitte. Sollte schon deutlich reduziert sein jetzt. So, es sind nicht wirklich viele Spieler jetzt übrig. Also, aus den Spielern werde ich mir jetzt mindestens zwei wahrscheinlich holen. Komponucci ist auch noch schön schnell, ne? Das war ganz nice. Sadio Diallo ist für mich eher so ein Zehner. Ja, definitiv Zehner, weil ein bisschen Tackling sollte er können. Nicht nur zwei. Komponucci hat bei Tackling gleich 13. Der sieht richtig gut aus. Molina mit... Wissen wir leider nicht. Schade. Den haben wir aber auch erst zu 29% gescoutet. Bolzoni. Auch hier relativ ausgeglichen. Gefällt mir auch gut. Ich würde auch sagen, wir achten jetzt hier gar nicht so sehr aufs Alter. Also, gut, älter als 32 wäre dann ein bisschen blöd. Aber, ähm, dann bauen wir uns erstmal so einen kleinen Kern auf und können aus diesem Kern dann Spieler herausentwickeln. Sehla, dann wäre natürlich auch sehr interessant. Weil der hat definitiv noch Potenzial. Von ihm wissen wir aber noch nicht so viel. Fünf bis sieben wäre aber gut. Das wäre dann so ein Transfer, den ich einfach nur machen würde, weil ich weiß, dass der bestimmt noch ein bisschen Potenzial hat, dass man im FN ausschöpfen kann. Ich hole mir Komponucci, wenn er möchte. Ich habe richtig Bock auf den Typen. Der sieht so, so gut aus. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt eine... Arbeitserlaubnis bekommen würde. Aber ich glaube, wenn man Spieler aus den Ländern holen, zählt das, oder? Sprich, er spielt jetzt gerade in Spanien. Real Mursia ist ja Spanien, ne? Ja. Das reicht doch dann, oder? Wir werden es erfahren. Ich hätte mich vielleicht immer vorher informieren sollen. Ausstiegsklausel bitte nicht. Bei Abstieg darfst du ablösefrei gehen. Weiterverkauf bitte nicht. Team des Jahresprämier können wir ruhig ein bisschen hochklatschen. Das wirst du bestimmt nicht werden, auch wenn du gut aussiehst. Gehaltssteigerung nehmen wir eben so raus. Titel in der Check-A-Trade-Trophy. Ein Titel, der mich absolut überhaupt nicht interessiert. Gerne, 45.000. Und spielen wir überhaupt noch Check-A-Trade-Trophy in der Championship? Check-A-Trade-Trophy waren da... Kann sein, dass wir das gar nicht mehr spielen. Ziemlich sicher spielen wir das sogar nicht in der Championship. Nehmen wir mal einen Club, der... Unten war mit... Oh, Norwich ist abgestiegen, holy shit. Das habe ich gar nicht so realisiert. Mit... Ipswich. Haben die Check-A-Trade-Trophy gespielt? Nein, die haben EFL Cup gespielt und FA Cup. Aber nicht Check-A-Trade-Trophy. Also können wir das ruhig hochklatschen. Wo ist er hin? Hier. Danke. Easy hochklatschen. Wenn es ihm gefällt, gerne rein. Torprämie noch gerne rein mit... Ja, kann auch relativ hoch sein mit 3,5. Könnten, glaube ich, schon mal fragen, was er davon hält. Länderspiele können wir auch reinklatschen mit 2,5. Was hältst du denn davon? Gefällt ihm überhaupt nicht. Das ist scheiße. Okay. Ich war vielleicht ein bisschen geblendet von der Reputation, die ich sonst bei meinen Vereinen habe. Dass es so easy geht. Das geht dieses Mal anscheinend nicht so easy. Ich möchte ihn aber unbedingt haben. Machen wir mal 9.000. Nicht verhandelbar. Ja, ja. Kann auch hoch. Team des Jahresprämie kann von mir aus auch auf 80.000 hoch. Das wirst du nicht erreichen. Jedenfalls nicht so schnell. Ja, du kannst auch, wenn wir in die Premier League aufsteigen, 45% mehr bekommen. Und bei 30 Spielen kriegst du 16.000. So ein bisschen wie das von Sinkgraven. Und, äh... ...Kompanucci finde ich ein bisschen schöner. Ich hoffe, er ist nicht so verlässungsanfällig, wenn uns die Klausel schon geboten wird. Aber schaut... Oh, wird wahrscheinlich keine Arbeitserlaubnis halten. Also es ist wohl doch so aus dem Herkunftsland und nicht aus dem Land, wo sie transferiert werden. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, ne? Vielleicht kriegt er ja trotzdem eine Arbeitserlaubnis. Ich werde mir das gleich mal durchlesen müssen, damit ich jetzt hier nicht noch irgendwie Shit mache. So, äh, nimm es mal an. Ja, das... ...findet er interessant, aber er möchte es noch ein paar Tage... Hä? Oh, mich sehr schnell in die Enge zu treiben, hat ihn wahrscheinlich die Einigung gebracht, die sie haben wollten. Was bist du denn für ein Clown? Also wirklich... Ja, mal schauen, ne, ob er eine bekommt. Bin gespannt, die anderen werden hier... ...wahrscheinlich noch gescoutet. Wenn wir das in Auftrag geben, was wir jetzt machen werden. So. Und dann kümmern wir uns erstmal um die ZMs. Ja, und dann werde ich mich gleich mal dazu belesen, wie wir das am besten machen mit den Arbeitserlaubnissen, mit den Work Permits. Damit wir da jetzt nicht die ganze Zeit in der Luft hängen. Weil ich ehrlich gesagt immer ein bisschen den Überblick verliere mit Länderspielen und so weiter. Und mit EU, nicht EU. Ich meine, bei Companucci als Argentinier ist das jetzt kein Wunder. Das hat mich jetzt nicht gewundert, aber bei Sinkraven hat mich das beispielsweise gewundert. Aber wie gesagt, das ist auch schon Ewigkeiten her, seitdem ich in England gecoacht habe. Und seitdem haben sich die Regeln nochmal deutlich geändert. Ich glaube, bei Sinkraven würde auch stehen, dass... ...oder würde gar nichts in Sachen Work Permits stehen, oder? Ich sehe jetzt nichts eigentlich. Also, er würde wohl eins bekommen, weil er halt aus der EU kommt. Naja. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Tage nach vorne, damit wir sehen, ob vielleicht was mit Companucci geht oder nicht. Ansonsten werden wir jetzt die Folge Ben und nochmal der Hinweis. Also, am Montag und am Mittwoch kommen keine normalen Futs... Ja, Futs eigentlich schon. Futs kommt sowieso nicht. FM-Folgen. Weil da was anderes kommt. Und ab 28. geht es dann wieder ganz normal weiter. Also, alles ganz easy. Und dann hoffentlich mit ein paar neuen Spielern in der nächsten Folge wird dann eigentlich das meiste gemacht werden. So, 25. Mai ist es. Ich bin sehr gespannt, wer in Frankreich den Titel holt. Wehe, Lyon, lässt sich das noch vom Brot nehmen. Das wäre so lächerlich. Dann heuer ich da aber an, ne? Und für die nach oben. Ne, kann ich nicht machen. Will ich auch gar nicht machen. Ich will mit Pompeji nach oben kommen. Hauptsache, der Vorstand lässt mir in der kommenden Saison mal ein bisschen mehr Zeit. Und macht nicht so viel Mist. Boah, hat mich das abgefuckt, diese Saison. War das schrecklich. Wirklich richtig, richtig schlimm. So. 25. Mai ist um. Na, komm. Komm. FM, ey. Spiel möchte gerade nicht. Komm schon. Weg da jetzt. Hansa hat 2-2 gegen Lautern gewonnen. Äh, gespielt. Nicht gewonnen. Nur mal so, ne? Damit wir schon mal ein bisschen was wissen. So. Lyon. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Lyon hat... 2-1 gewonnen. Und sind damit wirklich Meister geworden in der französischen Liga. 37. und 49. Haben sie die Tore gemacht. Und somit ist Lyon wirklich Meister geworden. Das ist ja echt... Überragend. Nicht schlecht. Mbappé, Torschützenkönig geworden. Vor Falcao, vor Jovetich. Das wünscht sich Monaco wahrscheinlich auch nicht. So, viele, viele Scouting-Berichte. Aber noch nichts zu Gompagnucci. Darf uns aber halt auch nicht verwundern, ne? Weil er ja Argentinier ist. Momentan liegt es anscheinend noch am Vertrag und nicht an der Arbeitserlaubnis. Na gut, ich würde mich jetzt erstmal belesen, wie man genau die Arbeitserlaubnis unter den aktuellen Bedingungen umgehen kann. Weil die zählen ja noch bis zum... Irgendwann Juni. Bis der Brexit richtig kommt im Spiel. Damit ich mich dann perfekt auf die nächste Folge, die wir dann am nächsten Freitag haben werden, konzentrieren kann. Und ich hoffe, dann geht es richtig ab. Also ich werde jetzt in der Zwischenzeit die nächsten 7-8 Ingame-Tage viel nochmal nutzen zum Scouten. Wer hat keine Vorauswahl, denke ich mal, auswählen. Doof. Dover Satz. Und damit das Ganze nicht so lange dauert, damit wir da halt schön die Übersicht haben. Wann spielt ein Sunderland gegen Oxford? Können wir das vielleicht noch mitnehmen? Die spielen am... Ach guck mal, 26. Nein, können wir das heute noch mitnehmen um 15 Uhr. In zwei Stunden, das nehmen wir noch mit, damit wir wissen, dankeschön, wer jetzt wohl mitkommt in die Championship. Und es wird Sunderland. Die setzen sich mit 3 zu 0 ordentlich durch. Und damit steht es auch fest, dass das Sunderland mitkommt. Wir zahlen 225.000 an die Mannschaft, bekommen aber 806.000 für die Teilnahme. Und sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Die am Freitag, ansonsten am Montag. Und am Mittwoch gibt es noch Videos. Und wenn ihr dann nicht da seid, wünsche ich euch schöne Weihnachten oder was auch immer. Ihr feiert, ne? Gibt ja auch Leute, die nicht Weihnachten feiern. Ansonsten habt einfach schöne Feiertage. Dann ist ja komplett wurscht, was man feiert. Hauptsache, man hat Spaß. Und entspannt sich. Ich werde mich auf jeden Fall sehr entspannen. Auch wenn ich noch sehr viel vorhabe bis Weihnachten. Heute ist übrigens, damit ihr mal wisst, wie weit ich im Voraus aufgenommen habe, was gar nicht so weit ist, der 12. Also, es sind leider nur 9 Tage, die ich im Voraus aufgenommen habe bisher. Nun gut, sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schöne Feiertage. Tschö!